Musik Mein Name ist Julia Weiss. Ich bin im dritten Monat schwanger. Meine Freundin Hanna Kronenberg wird mir helfen, das Kind zu verlieren. Heilige Marie, Muttergut, bitte für uns in der Jetzt und in der Stunde, dass du in der Augen bist, in der Augen, in der Augen, in der Augen, in der Augen, in der Augen. Entschuldigung. Ich dachte mir, ich habe noch eine gute Idee. Vielen Dank.